Musik Ich ziehe ihn weg und schaue ihn weg. Weiter! Weiter! So, bis zu mir hinterher bringen. Und dann kann man es hier vorne. Und jetzt kommen wir zum ersten Knüppel. Aha! Voila! Achtung! Wir können den achten Knüppel machen jetzt folgendermassen. Dann ein Schläufchen, gehst du oben rein. Dann erhältst du den achten Knüppel. Wie geht der achten Knüppel? Jetzt machen wir nur einen Schläufchen. Dann gehen wir einmal herum. Einmal herum. Ja, jetzt machen wir ganz normale Knoten. Also achten Knoten? Ja, genau. Schläufchen. Einmal herum. Nein, nochmal. Und dann hier noch einmal. Nein, nein. Jetzt gehe ich hier durch. Nein, jetzt musst du vorne rein. So, genau. Jetzt kannst du anziehen. Perfekt! Achten Knoten. Ja, machen wir nochmal. Nein, ist gut. Kein Problem. Was wäre das? Genau. Und den Masch. Also, ich würde sagen, wir sind bereit zum Einwassern. Ja, grosser Moment. Ja. Meine Premiere mal am Mordersee. Ja, das ist ein Kindheitstrom. Ein Kindheitstrom. Ja, ja. Das ist gut. Das ist gut. Auf dem Wasser, ja. Jetzt können wir mal das Wägelchen. Ja. Zieh den Wägelchen. Zieh, 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 zieh. Oh, schnell! Eben, es ist genau das Räckchen. Genau, es ist genau das. Jawohl. Ja, also bei uns ist das ein bisschen Tradition, dass es mit dem Wasser geht. Das muss fast sein. Also, jetzt kannst du einfach mal reinschneiden. Einfach mal voll rein. Ja, genau. Das ist die Schwerte. Genau, das ist die Schwerte geworden. Das ist das Zeichen für alle Haifische im Mordersee, dass hier Laser unterwegs ist. Das Wichtigste ist jetzt, dass du mit dem Rücken, also mit dem Gesicht, immer zum Sägel gehst. Du darfst nie auf der gleichen Seite sitzen, wie das Sägel ist. Immer so. Ja, genau. Immer so. Dann kannst du noch ein bisschen weiter vorne sitzen. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. Perfekt. Ja, jetzt haben wir ab gewinnt. Das Sägel musst du nicht unbedingt festheben. Es kommt dir jetzt halb ein bisschen entgegen. Die haben wir gerade, ja. Jetzt gehen wir einfach mal raus. Ja, genau. Motorfahrt sind da. Auf der See raus, zu den anderen Booten. Genau. Und dort probieren wir sonst mal ein paar Sachen aus. Dinu! Ja? Du stehst im Wind. Du stehst im Wind? Das sagt dir nichts, oder? Nein, nein. Was wir jetzt machen müssen, also was heisst im Wind stehen, wir haben keinen Wind. Also wir sind im Wind. Bevor das wir weitermachen, musst du zuerst mal richtig her sitzen. Nämlich mit dem Rücken zu uns. Genau, so. Ja, ein bisschen weiter vorne sitzen. Noch ein bisschen. Gib ihm nochmal einen Schupf. Ja, das passt schon. Jetzt merkst du plötzlich, wie es ein bisschen vorwärts geht? Jetzt du mal, du mal zur Ruhe. Aha! Bäm! Voilà, jetzt geht's! Ja, jetzt haben wir es schon wasch. Jetzt musst du ein bisschen mit dem Ruder stossen. Jetzt würde ich mal sagen, es ist recht gut. So ist gut, so ist es nicht schlecht. Dort vorne. Ja, und es passt gerade. Du bist hart am Wind. Seid, hart am Wind. Das ist gut. Danke für dich, oder? Danke schön. Danke schön. Tschüss. Danke schön. Bis zum nächsten Mal.